Jo! Einen schönen guten Tag! Hier ist mal wieder Nessi Zuckert auf Transportfieber. Jo! Gut, kommt der gleiche Update. Neue Kessel? Frage noch nicht. Gut, das läuft und läuft. Gut, Update ist passiert. Wunderbar. Gut, so. Gut, was wollen wir denn jetzt machen? Ähm, ja, genau. Ähm, genau. Ähm. Moment, wo war ich denn nochmal? Ich muss nach Potsdam. Ja, hier ist Potsdam, aber ich muss ja hier oben hin. Genau. Da will ich nach... Moment, mal gucken, wie viele Linien sind hier drin. Erstmal ist es nur eine. Gut. Dann müsst ihr teilen jetzt. Gut. Und was sollt ihr das machen? Dann gehen wir von hier ab. Ja, ja. Wird irgendwann alles gemacht. Nehmt das mal... Hallo! Es wär sehr schön... ...wann ich ein bisschen Kohle kriegen tue. Ja. Immer noch 16.000. Miese. Ey, hallo? Es war so gut gelaufen. Ey, hallo? Da hat 13 Millionen verdient vor zwei Monaten. Verstehe ich nicht. Ich werde jetzt keinen Kredit aufnehmen nochmal. Komm, bitte. Na also, geht doch. Kann ich eben kleine Schritte erst mal bauen. Ah, da sind schon die ersten Millionen. Ja. Ja. Eine Frage, was sollst du das? Na also. Gut. So. Wenn ich eigentlich richtig... Berlin. Ja, wir müssen jetzt hier immer so geradeaus. Gut. Ich bin ja so doof. Ich kann die... Leute. Exiliter. Moment. Dann reißen wir das hier nochmal ab. Und drehen wir uns mal. Guck mal. Dann nehmen wir doch gleich lieber die Schienen, die wir haben. Mit die Wieden haben wir auch den gleich. Ran. Ja, ich weiß nicht, dass... Naja, ich war jetzt glaube ich hier nicht so durch, das ist ein Signal. Aber jetzt kann ich rein, nee, noch nicht. Oh, woher sind denn da meine Augenlein? So. Okay, noch ein bisschen längere. Warum? Aber ich muss mal ein bisschen Kredit zurückzahlen. 3 Millionen müssen es mal reichen. 13 Millionen Miese. Jetzt müssen wir die Straße mal abreißen hier. Hier kriegt er gleich die Straße wieder zurück. So. Warum nicht? So. Wow. Na, warum willst du nicht? Gut. Schönen Dank. Schönen Dank. Wow. Da auch nicht. Mal mit dem Sohn. Ja, dann kommt hier ein Signal jetzt hin. Immer noch meine alten. Dann kommt die eins hin. Da eins hin. Halt eine Klappe jetzt hier. Da brauchen wir keine extra Bärchen machen. Gut. Gut. Dann gehen wir mal hier lang. Und geradeaus, wo da geradeaus. Gut. Und dann müssen wir hier irgendwie runterkommen und hochkommen. mal gucken. Mal gucken, wenn wir das jetzt schaffen tun. Eh, das wäre so gut. Wie das gehen würde. Das ist so gut. Das ist so gemein. Und hoch. Hallo, wo gehst du denn, Nebel? Nein, wir müssen unten anfangen. Nein, danke schön. Nein. Nein, nein. Es ist Ist das gemein! Oh, der jete Tier! Nee, geht auch nicht. Oh, you cat? Geht auch nicht. Kann man das hier irgendwie versuchen? Nee. Geht nicht. Gut, wenn wir eins machen, machen wir die Strecke mal hier hin. Dann machen wir mal kurz Stop, sonst kriegen wir wieder Rappel. Geht nicht. 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 Geht die wunderbar geklappt? gut ok sind wir natürlich hier abgerissen sind wir schon abgerissen so reisen wir auch noch mal kurz mal ab dann kann man es besser machen so ein Signal hin so, bist du richtig? ja, bist du richtig gut und da ist eure Gegend wieder mal gucken, ob alles richtig ist jo gut, dann lassen wir weiter fahren und wir zahlen meinen Kredit wieder zurück wieder mal 3.500 Euro so, und jetzt muss ich hier raus mit dieses Gleis gut und versuchen wir es mal ja, wird das blöd wenn wir jetzt einmal gut 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 okay das ist der Sektus? man man warum jetzt? schön dank dankeschön ach du scheiße Moment wenn wir das hier nochmal abreißen gut dann machen wir das hier mal richtig gleich und gleich wieder war da irgendwas? nein da war doch gar nichts, oder? nein nein dann gehen wir weiter geradeaus so jetzt muss ich hier irgendwie rein kommen das ist ja blöd das ist ja blöd hier das ist ja blöd ich will hier rein das ist ja blöd aber so machen wir mal an dass der Zug weg ist komm verschwinde okay ab ab los so dankeschön warte mal machen wir das ganz einfach dann reißen wir die noch mal ab hier zur Brücke und dann versuchen wir das nochmal hallo dankeschön steigern so groß warum denn warte mal warte mal dann muss ich eben tiefer gehen hier alles abreißen schönen dank alles umsonst gemacht so machen wir das ja mal richtig wieder so gut dann versuchen wir mal tiefer zu gehen auch nie oder auch spiel so machen wir noch eine Schiene können wir gleich die Röhre so so hoffentlich bin ich jetzt tief genug steine da vorne wieder raus zu kommen so 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 So, dann kommt hier ein Siegner hin. Da kann ich und dann kommt hier noch ein Siegner hin. So. Gut. Okay, Moment. Machen wir mal ja. Jo, machen wir eine neue Linie. Äh, das machen tun wir jetzt. Jetzt bezahlen wir erstmal den ganzen Kredit mal zurück. Juhu, wir sind kreditfrei. Gut. Okay. So, eine neue Linie. So. Von hier. Nach dort. Ja, das sieht gut aus. Aber Moment, wir brauchen ja alle Linien. Und das sieht wieder. Okay. Das sieht sehr blöd aus. Machen wir es mal weg. Juhu, dann kommst du hier nochmal hin. Eine. Wegen das blöde Signal, müssen wir dich jetzt extra abreißen. Meine Güte. Ich muss sowieso nur ein Signal hinsetzen. Und jetzt nochmal alle Linien. Und jetzt nochmal alle Linien. Wunderbar. Wie das sein soll. Aber, ja, jetzt haben wir ein Problem. Ja, wir müssen ja auch noch ein Zweifelgleis machen. Sonst kommen die ja nicht hier rüber. Ja. Habe ich jetzt blöd gelaufen. Da müssen wir gleich... So, was ist denn die Graue nochmal? Öl war das. Stimmt's genau. Irgendwas mit Öl. Nein, das war's denn nicht. Was kommt denn jetzt? Ach da. Eine neue Lok. Schön. Ich darf jetzt schnelle Strecken jetzt machen. Ui. U-Bahn. Ui. Nein. Doch. Machen wir alle Signale, bitte. Ah ja, hier. So, wo sind wir denn eigentlich? Äh. Oh, trotzdem not. Nein. So. Gut gemacht. So, jetzt können wir auf alle Linien hin. Toll, danke schön. So, jetzt können wir auf alle Linien hin. Und auch nochmal hier einen hin. So. So, stimmt das jetzt alles? Jetzt stimmt das. Wunderbar. Gut. Gut. Aber. Das machen wir nächstes Mal. Ach man, no. Ich bin so langsam. Ich bin so langsam. Es tut jetzt so Schnee. Mann. Immer verkehrt. Immer wieder 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 verkehrt. Einmal drehen. Und jetzt rollt er. Ruf. Und jetzt bitte er. Nie. Nie. Genau. So. Hat ein bisschen länger gedauert. Aber. Haller Zug. Und wie voll bist du? Lea. Ist ja logisch, wann sie leer ist. Gut. Dann sag erst mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Nessi Zockt. Ja, Tschüss. 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 Vielen Dank.